Dieses Video kann Spuren von unnötig viel Sarkasmus und dummen Sprüchen enthalten. Der große Teil dieser Äußerungen ist nicht ernst gemeint, weshalb ihr auch euren Unmut darüber nicht in den Kommentaren loswerden müsst. Wenn ihr vermutet, dass ihr damit nicht klarkommt, guckt bitte einfach ein anderes Video an. Vielen Dank! Also ich wäre angepisst, wenn wir nicht mehr in einem Team wären. Das kann man als Primärklar nicht. Naja, das denkst du jetzt. In Ranked ist das ganz anders. So, Party! Max, ist dein Ball. Ich bleib hinten. Enrico, du machst ihn dann rein. Wenn ich ihn kurz über den Pfosten geballert habe. Dieses Auto ist so schön hässlich. Wolltest du deins? Ja. Ich glaube, ich muss da noch so richtig schön glänzenden Lack drauf machen. Ich hoffe, es kommt bald ein Sale für die DLC. Und du bist nicht mal als erster da. What the fuck? Tut mir leid. Habe ich irgendwie doch nicht. Okay. Na gut, dass das ein Bob ist. Ich habe ihn nochmal weggekickt. Für Sicherheit. Ich fliege immer irgendwie bei so den Sprungsachen, fliege ich viel zu häufig am Ball vorbei. Warum sind wir jetzt eigentlich zu dritt hier? Warum fliege ich eigentlich rum? Immerhin fährst du nicht einfach retarded an der Decke lang, wie ich das eigentlich mache. Scheiße. Habe ich? Der ist drin. Na, nicht ganz. Ist hier halt nicht mal als Torschuss. So weit weg war der noch. Oh Mann, dieses Wandfahren, Alter. Wie bad, Alter. Meinst du gut von mir gecleatet? Ja, wie auch immer. Mitte. Ich finde, oh mein Gott, Enrico. Oh Gott. Ich fahr mal ein bisschen an der Wand entlang. Ich fänd das immer cool. Nein! Ich fahr noch ein bisschen an der Wand entlang. Leute, wann stehen wir? Oh Gott. Ich fahr nicht schnell genug, dabei habe ich schon geboostet. Äh, ich meine natürlich, dabei bin ich schon geboostet. Ja, das ist Bronze. Nein! Oh, da wurde ich gerammt, Alter. Wir, wir, wir wollen es einfach zu dritt rammen. Oh mein Gott. Oh! Du hast die Gegner alles scheiße. Ich hab, dass wir einen Befreiungsschlag bekommen, lol. Dass die alle Steam auf Deutsch haben. Oh, sch- Oh, wie habe ich da die Vorlage bekommen? Die war natürlich verdient, die Vorlage. Nein, guckt euch die Vorlage an, ja? Die war in unserer Hälfte. Und jetzt, wie, wie der, das, das gegnerische Team den Ball selber einloggt, ist einfach... Wie ich da, keine Ahnung, wie ich die Vorlage bekommen habe, ich hab's nicht verstanden. Ich weiß zwar nicht. Oh, Bot-Frag. Äh, meiner... Sehr bitter. Oh doch nicht. Oh Gott, Enrico! Enrico, du bleibst immer hinten, der neue Call. Nein, 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 nein. Also am Anfang. Ich spreche das davor, manchmal... Manchmal willst du hinbleiben? Ich bin super bad im Verteidigen, aus Erfahrung, kann ich das sagen. Ja, ich auch, ich bleib nichts, aber ich bleib einfach hinten, so... Damit die Gegner denken... 부분이 nicht versteht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich von meinem Ballspiel hier halte. Ballspiel oder Ballspiel? Beidem. gehe ich mit gutem Beispiel an dieses Beispiel. Nein, du gehst mit gutem Ballspiel voran. Nein! Schon wieder, Alter? ich traf den kackball nicht ich werde einfach nur noch geschubst von den gegner die sind voll gemein zu mir das ist eine mittelvorlage sehr schön ja das haben uns eingespielt ja vor allem das ding ist der wer von dir auch eingegangen ich hab den einfach nur ks tig 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 gerade war es noch meine güte wir haben uns endlich eingespielt vor war das geil und jetzt ist ein fick dich muss halt muss halt mitkommen die zeit verändert sich schnell ich verstehe nicht für mich so ein winz auto einfach wegbämsen kann wenn es schnell genug fährt wurdest du gesprengt oder wie ein so geschichte mich einfach nur gesprengt habe ich habe ich wir haben uns eingespielt aber nicht es ist aber mein tor meins nur meins also mit solchen zu spielen das 40 punkte ja der schlechtes von mir ist mein ball okay denke ich das erste mehr hat mich einfach weg mein eigener mitspieler rammt was ist das das ist sicher habe ich glaubt das war die falsche richtig man ich drehe mich einfach in der luft im kreis und mich irgend so ein bob in die leute bitte bitte ja ich nehme den nicht ich habe die falsche kurve genommen die falsche kurve genommen das möchte ich bitte weg schwulen das schnall mal raus guck dir einfach hier an wie ich nach rechts fahre stand nach links einfach weg vom tor ja ich hatte angst vor dem tor weiß ich nehme den ja ich habe die ich komme mit dem controller nie klar wie einfach keiner von uns schnell fährt sondern alle ganz gemächlich und ich werde wieder gesprengt der kommt nicht in die mitte wenn ich das nicht will ich bin gerade am ball vorbei gejumpt oder er kommt ein bisschen irgendwohin volli treffer volli treffer und schon wieder fliege ich einfach nur in der luft rum da ist einer geküttet steht ja ich bin da relativ sicher sehr schönen rick und ich mache wir fahren da ganz entspannt alle vorbei ich wollte einen fallguck zu dir versuchen man ich werde immer nur gerammen von ihm gott ich treffe den ball gerade nicht mehr nicht so wichtig braucht man ja auch nicht oh zieh dir jetzt die vorlage rein janos du machst sie jetzt rein ja auch nicht du ich sag dir janos ja der schafft es doch nicht ja du ja auch nicht oh mein gott das kann ich werde voll abgedrängt ich komme einfach nicht zum tor dieser ltn max hier er haut mich noch fünf sekunden ich will ja noch die zwei tore sehen von den gegnern ich krieg an nein der hat mich weg gerammt fast ein eigentor geschafft ich schaffe das ich halte den in der luft ich habe es versucht ich habe es versucht immer auf dein dach zu packen sie hatte so 80 punkte ich spiel mir das lol das ist natürlich auch eine gute möglichkeit ich habe ich habe ich habe ich habe ich meine jetzt komplett ernst aber du darfst dich trotzdem gerne so fühlen warte ich lade euch beide ein ja warte ich muss ganz kurz noch ich finde ich finde gerade irgendwie rocket League nicht sie sind alle so gemein zu mir bist du online überhaupt nein warum denn ich spielst du nicht mehr was ist dein problem steam guard schon mal von gehört ja man vor allem wenn man selbst so übelst chillt und dann kommt so einer und tiltet übelst hart um normal ja normal stilte ich tatsächlich auch quasi nicht es sei denn ich muss vorweg spielen dann ziel ist aber vor allem im wank danach oh das war aber auch echt ich hatte keinen bock mehr auf das scheiße und wir haben halt echt hart gewonnen ja ach nee das lag gar nicht das lag gar nicht mal in dem warwick-game das lag daran dass ich den ganzen tag schon keinen bock hatte eigentlich nur wegen euch dann angekommen bin aber dann habt ihr alle so eine scheiße zusammengeschmiert ja du dagegen warst natürlich dick ich bin nicht in der party drin ja keine ahnung ich habe euch beide eingeladen ich kann euch auch noch nicht nochmal aber ich habe sogar von dir aus das spiel gestartet ja das ist doch nie ich kann nicht annehmen bei dir meinst du meinst ja ich hab dich nochmal eingeladen ah jetzt ging es ok enrico jetzt sag doch mal ist ja gut jetzt sag doch mal dann nimmt er doch mal an dann spielen wir doch mal würde ich sagen ich habe auch seit ewigkeiten wieder nicht mehr gespielt ja ich auch nicht also wirklich ewig nicht wir wir spielen wir spielen sowohl standard als ja ich habe ja sonst keine aufnahmen mehr so ich habe nur noch für diese woche gehabt ich mach kurz die Tür zu eigentlich müssten wir ja deswegen ich hab ja schon deswegen wollen wir dann in aufnahme streamen ah ne wir haben ja das auch geblockt auf 3 aber das ist halt so dumm jeder owner kann das halt wieder removen ja 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 das ist schon sick das ding ist ich hab zuerst das password removed und hab mich gefragt warum ich das da nicht rein kann so war halt schon sick abgesaved hier man ja ich hab das jetzt auf 4 gesetzt die die hat 2 weil ich halt rein wollte alles krass das ist die doppelte sicherung ich sag dir so ich muss jetzt irgendwie ich liebe mein autodesign wie krieg ich denn das kabel ich hab irgendwie das kabel so verknotet dass ich nicht mehr controller gerade spielen kann also wenn das game jetzt schon los ginge wär ich ein bisschen afk aber ich muss mal kabel entknoten passt ja noch Zeit so ok dann spiele ich liegend ah jetzt hüpfe ich erstmal hoch sick fucking hell alter ich hab auch richtig gemisst alter ich hab auch richtig also ich weiß nicht mehr was ich mit den Tasten mache guck mal ich hab Tor geschossen ne du shit alter so sick das war voll ich oder guck dir das jetzt mal an das war das ich hab den Ball so eindeutig getroffen das war ja so ein kass alter was hab ich mit den kabeln hier gemacht kann ich hier reporten irgendwo ja kann man äh ich bin auch immer äh ein bisschen alter jetzt mach doch mal hin alter den hab ich aber sowas von gehabt weißt du in Riko stehen einfach alle Punkte deswegen gespielt alter ich hab den Ball getroffen Gott ich hätte den Ball dann ein Eigentor gemacht weil ich dachte das wäre unser oh ich hab den Ball nochmal getroffen geh da rein oh der verteidigt der einfach 30 Punkte Torschuss richtig cancer man die sind so boosted alter mein Team schon wieder suck der so ball NO oh mein Gott oh mein Gott ich hab das liegt an den Kabeln du klaust einem die ganze ja und dann kriegst du nix hin ja wirklich ne immer nur diese Leute die nur Midlane können ja und dann dann spielen die Midlane Z und feeden auf deinem Account rein alter ich verknurz irgendwie noch weiter könnt ihr ja wie mit Booster ich hab vergessen mit welcher Taste ich booste ah mit B was mach ich mit Y ah ja was mach ich mit X ah ja driften easy mit B mit B boostest du mit A boostest du sick bin ich entspannt gejumpt bin sehr entspannt unter dem Ball hindurch bin ich ja gewonnen oh nochmal mhm mhm da verteidigt ein Befreiungsschlag für diese Kacke oh jetzt hier hier Vorlage man mach jetzt Enrico mach doch mal irgendwas oh oh geil oh mein Gott Janos bist du bist du scheiß Alter dein Ernst das war so ein safes Tor das war so drin und du willst es stehlen und verkackst deshalb das Tor wirklich immer diese boosted Spieler ne Enrico kriegst du nicht ist nicht drin für dich das ist meine Hits Leute den hab ich ich hab noch nicht mal einen scheiß Torschuss dafür bekommen oh mein ja ich hab den Torschuss dafür bekommen interessanterweise weil sie mitbekommen haben dass das das war troll von Enrico da stehlt er wieder der stehlt einfach nur der Junge genau easy Alter vor allem ich kriegt nicht meine Assister für ich weiß echt nicht was ich mit diesem Kabel gemacht habe hast du das gesehen wie ich den abgelegt habe wie du den eindeutig berührt hast ohne dich hätten wir den Torschuss schon okay ich hab das Kabel jetzt warte mal der Voice Chat hello guys hi oh er ist dabei Kontakt sick sehr geil Janos sehr geil der Voice Chat is cool man oh jetzt jetzt komm ich jetzt komm ich da macht er da macht er ich hab den Ball getroffen der ist so drin der ist so drin oh was ich wurde gesprengt oh alter ansonsten wäre der drin gewesen ne die haben mich gesprengt die Bastarde hier die Bastis vom Dienst ja alles ausreden oh da hab ich entspannt also da war's danke danke das war ja Enrico weiß nicht Enrico jetzt mach doch mal irgendwas alter ja ja will ich jetzt sagen einmal Enrico einmal mit Profis spielen jetzt Janos schön verteidigt schön da booste ich dich mit Absicht oh jetzt werde ich hier schon wieder kaputt gebracht also alles quasi ne ja ja das ist ja mach rein mach rein mach rein sehr 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 geil sehr sehr geil sehr sehr geil wir haben's beide oh ich wurde schon wieder gesprengt ich glaub ich spinne die sind so gemein zu mir oh Gott der ist ja sowas von drin der ist nicht drin den verteidigt ihr doch jetzt noch oh nein ist schön die machen's kaputt wieder oh jetzt hab ich den Ball ein bisschen verkackt natürlich ne uns doch nicht die sind perfekt hallo ne nur zwei von diesem Team du gehörst nicht dazu ja find ich jetzt aber frech weil du hast doch noch kein Tor gemacht ne du du klaust immer nur KS KS du bist der schlechteste Support wirklich immer nur Stil und Stil doch 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 ich hab genau gesehen wie du support nein Torwart ist sick und jetzt der Pfeil rückt ne machen wir aber nicht jetzt ich komme ich komme boosted mhhh hab ich den outplayed den Jungen aber leider das Tor nicht ganz getroffen sagen wir mal nicht ganz getroffen jetzt dreh ich mich ne paar mal natürlich im Kreis um die Gegner zu verwirren ne um mich selbst schöne Flanke für die Gegner da wär da aber einer gekommen ich hätt den abge- uuuuuhh ja keine Sorge Jungs ich war davor noch dran alles gut alles hält wer ein Eigentor meinst du wessig ne ne ich hab das so abgeblockt da fern Mann Enrico du hast mich voll abgedrängt ich hätt den mit Sicherheit bekommen ich hätt den mit Sicherheit bekommen nur damit er immer nur die Punkte bekommt dieser ja ey so eklig Mann Enrico was ist denn das für ne Vorlage schon wieder für die Gegner gewesen easy den musst du noch nehmen kannst du auch einen draus nehmen für die Gegner gewesen ja du musst da soll ich Eigentor rie- ok Eigentor 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 oh man alter Enrico Tor oh war schon wieder KS ich glaub zieh den mal rein der hat 490 Punkte und der kriegt nichts hin wirklich dieser du hast 10 Punkte Janos ich hab halt legit nichts gemacht so sehr geil wirklich sehr geil das war schon oh Mann Enrico wirklich ich hätt den ich hätt den easy ich hätt den auch gehabt man das ist halt so kacke der schiebt sich immer nur davor hier jetzt guck dir das an hä Mann hättest du den bisschen besser vorgelegt aber nein du musst den ja gegen den blöden Safter Saftladen schießen hast du da etwa Punkte für bekommen oder was ja krieg ich da jetzt aber einen Befangsschlag für oder nicht ne krieg ich natürlich nicht dir hätt Enrico hätt er das bekommen ja der hat das doch gehackt der hat das doch gehackt der hat doch an der Junge ja Mann die Rocket League Hacks der hat einfach mal die so ne 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 der hat doch garantiert ein der Junge oh hast du das gesehen hast du das gesehen es war meine Vorlage und ihr verwandelt sie wieder nicht ich meine die zielt nicht mal ins Mittelfeldpass alter mmmm easy ja jetzt reporten wir erstmal Enrico ein Pizzaschill so wie kann man den jetzt reporten irgendwie ging das doch du gehst auf mute report player dann gehst du auf dancing general report verbal abuse nicht unsportsmanlike cheating also stumm melden submit schummeln das ist frech das ist frech das ist frech aber das ist jetzt echt gemacht ja zu einem ready ich wäre natürlich bitter wenn du jetzt gebannen wirst ne ja man wenn ihr hoffentlich von falsch report reportet von wem denn du bist ja gebannen alter der impact player mal wieder ich hatte die wenigsten punkte aus dem spiel das ist das ist nicht